Alte Briefmarken, Seiten aus Zeitschriften und digitales Papier? Was für eine seltsame Kombination! Hallo ihr Lieben, ich bin's mal wieder, Luise Heinzel, und das hier ist mein kleines Art-Junk-Journal, in dem ich einige Experimente wage, so wie auch heute dieses hier. Denn ich habe mir heute mal überlegt, ich möchte gerne eine Kombination wagen, die man so vielleicht nicht so häufig sieht. Und zwar möchte ich gerne alte Briefmarken, Seiten aus Zeitschriften und mein digitales Papier kombinieren. Für diese Seite habe ich mir mal wieder eine Collage überlegt, die später dann zwei Taschen bekommen soll. Und dafür habe ich zuerst einmal mir hier diesen Papageientaucher aus meinem Papier ausgeschnitten. Der soll auf der rechten Seite später eine Tasche werden. Und dann habe ich mir aus meinem Collagenpapier kleine Schnipsel gerissen und die mit diesem Matt-Medium hier aufgeklebt. Viele von euch haben mich in der letzten Zeit nach diesem Matt-Medium gefragt. Wenn ihr mal unten in die Infobox klickt, dann findet ihr dort den Link zu meinem Amazon-Shop, wo ich meine Lieblingsmaterialien für Junk-Journaling, Art-Journaling und Mixed Media aufgelistet habe. Und dort findet ihr auch genau dieses Matt-Medium. Also wenn ihr euch das bestellen wollt, dann könnt ihr da unten mal auf den Link klicken. Und ihr findet da natürlich auch andere Medien und andere Materialien, die ich für meine Projekte benutze. Ja, als erstes habe ich mal hier diese Schnipsel aufgeklebt. Und zwar, ja, so, dass einerseits es nicht ganz so wild wird im Hintergrund. Ihr seht schon, ich habe eher diese beige Töne ausgewählt. Ein bisschen von dem Blau, dass diese Blumen aus dieser Tasche wieder aufgreift. Und ich habe auch unten diese kleinen Häuser aus der Original-Buchseite dort gelassen. Ich habe extra diese Buchseite ausgewählt, weil ich dieses Motiv da unten so schön fand. Und ich wollte das nicht überkleben. Das schaut so ein bisschen handgezeichnet aus, fast wie so ein kleiner Urban-Sketch. Und den wollte ich gerne dort erhalten. Und dann habe ich mir, als ich mit der Collage schon so, ja, sagen wir mal, halb fertig war, ne, also auf der rechten Seite ist das ja schon ziemlich gefüllt, einige alte Briefmarken genommen. Ich habe sehr, sehr viele Briefmarken von meinem Opa noch. Und ich wollte die jetzt endlich mal verwenden. Ich habe mich da vorher immer so ein bisschen gescheut. Aber, ja, da das hier ein Journal für mich selbst ist, habe ich mir gedacht, okay, die kommen jetzt mal da rein. Und ich habe das jetzt hier so gemacht, dass ich mir die wirklich farblich passend ausgewählt habe. Also ich habe da so eine ganze Dose und habe jetzt hier die blauen ausgewählt, die irgendwie, ja, einigermaßen in dieses Farbspektrum gepasst haben. Da ist jetzt zum Beispiel diese größere Briefmarke, die ich als erstes aufgeklebt habe, da ist so ein bisschen Gold auch noch dran. Das, finde ich, passt ganz gut zu dem Inneren von diesen Rosen und auch zu diesem beigen Papier. Also dieses Gold-Blau, finde ich, ist eine ganz gute Kombination, wenn man dieses digitale Papier, Penguin & Friends, aus meinem Shop benutzen will. Ja, also Gold geht da irgendwie immer. Ich habe da jetzt ein bisschen rum experimentiert. Die eine oder andere Briefmarke hatte auch noch so ein bisschen was Rotes und so drauf. Habe ich erst gedacht, na ja, komm, nimm die ruhig. Aber dann habe ich gedacht, nee, bleibt bloß in diesem Farbspektrum. Denn wie ihr seht, ist der Hintergrund verhältnismäßig unruhig. Ich finde das irgendwie ganz cool, weil auch dieses Papier teilweise, ja, also ich will es nicht unruhig nennen, weil für mich ist es das einfach nicht. Für mich ist es einfach ein Papier, wo man sehr, sehr viel entdecken kann. Ein Papier mit sehr vielen Details und so weiter. Aber ich möchte natürlich nicht die Optik, die ich hier jetzt habe, durch den Hintergrund zerstören. Also ja, ihr versteht das schon. Für diese linke Tasche habe ich jetzt das Papier so ausgeschnitten, dass ich ganz vorsichtig an dem kleineren Papageientaucher da entlang gegangen bin mit meiner Schere. Und ihr seht schon, ich klebe das jetzt hier als Tasche auf, also nur seitlich und unten festkleben, sodass man was dahinter stecken kann. Und hier nutze ich jetzt den Schnitt, den ich vorher gemacht habe, sodass das Motiv durchgängig bleibt an der linken Seite. Jetzt ist der untere Teil, wie gesagt, als Tasche aufgeklebt. Und diesen Teil hier, den klebe ich jetzt vollflächig auf, sodass es so aussieht, als wenn das da eins wäre. Aber ihr werdet später sehen, wenn man was dahinter steckt, dann klafft das halt da so auf, oder? Hier teste ich das mal nochmal gerade aus, dass mir das da nicht angeklebt ist. Ja, Matt Medium klebt ja sehr gut, deswegen muss man so ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht seine eigene Tasche dazu klebt. Dadurch habe ich jetzt versucht, auf der linken Seite den Hintergrund so ein bisschen ausfließen zu lassen, noch ein bisschen zu beruhigen, weil ich doch gemerkt habe, uiuiui, sehr viele Briefmarken, trotz dass ich die nicht schief aufgeklebt habe, sondern halt, ne, also immer waagerecht oder senkrecht, also relativ gerade, war das doch sehr, sehr unruhig. Und jetzt habe ich versucht, das eben so ein bisschen ausgeleiten zu lassen nach links, dadurch, dass ich dieses komplette Stück von dem Papier verwendet habe. Am Ende habe ich jetzt hier noch die restlichen Lücken einfach aufgefüllt und so ein bisschen geschaut, dass die Briefmarken, ja, verhältnismäßig gleichmäßig auf dieser Seite sind, um das Ganze auch nochmal so ein bisschen zu beruhigen. Ich habe übrigens bei den Briefmarken, ich weiß jetzt nicht, ob man das in der Kamera so gut sehen kann, nicht auf die Richtung geachtet. Also diese breite Briefmarke zum Beispiel da oben auf der linken Seite neben der Feder, neben dieser orangenen Feder, die klebt zum Beispiel auf dem Kopf. Andere sind quer aufgeklebt. Und, also, ja, ich finde das überhaupt gar nicht schlimm. Also jetzt hier zum Beispiel auch diese gerade, die hat ja so ein Gesicht drauf. Ich finde das gar nicht schlimm, wenn die falschrum sind. Viele Leute scheuen sich da irgendwie so, die irgendwie falschrum aufzukleben, ne? Also ich mache das auch manchmal auf Briefen so. Also ich die Briefmarken falschrum oder quer aufklebe, weil ich das einfach irgendwie interessant finde. Und auch gerade auf so einer Seite, wo man, ja, solche Erinnerungen vielleicht auch festhalten möchte, die jetzt aber nicht so konkret sind. Also diese Briefmarken, ne? Das ist so eine Erinnerung an meinen Opa. Aber das soll ja der Hintergrund sein. Also da muss es nicht, wer weiß, wie ordentlich und konkret und in der richtigen Richtung sein. Also so meine ich das. Um jetzt ein paar Tags für diese kleinen Taschen da herzustellen, habe ich mir hier den Tag aus meinem Printable genommen. Einfach nur als Orientierung, wie groß dieser Tag dann später sein soll. Da habe ich mir jetzt die Höhe genommen und habe per Augenmaß gesehen, okay, bisschen breiter als der jetzt im Original war, kann das hier sein. Ich will ja die Frau nicht da irgendwie abschneiden. Und außerdem wollte ich den auch relativ groß haben. Wie ihr hier seht, steckt der jetzt da so dahinter. Und dann habe ich den, damit der stabiler wird, einfach hier auf eine Seite geklebt, die ich vorher aus dem Buch entnommen hatte. Und ja, also das hier ist einfach so eine Zeitschriftenseite. Die habe ich mal in einer Happy Mail bekommen. Das sind total coole Bilder, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und die sind auch ganz schön matt. Also diese Zeitschriftenseiten sind nicht so glänzend. Das fand ich jetzt ganz passend. Und dieser Blick von dieser Frau, das hat mich so fasziniert. Und das hat mich irgendwie, ja weiß ich auch nicht, die schaut so winterlich aus. Die hat auch so ein bisschen Schnee da in den Haaren und so. Also irgendwie hat das für mich total gut dazu gepasst. Und um diese Rahmenoptik, die ich ja auf allen meinen Seiten habe, nochmal aufzugreifen, habe ich jetzt die Buchseite, etwas größer gemacht als den Tag. Und habe ich das schon gesagt, das dient natürlich auch zur Stabilisierung. Wenn ich später in dem Journal etwas aufschreiben werde, dann kann ich auf die Rückseite von diesem Tag einfach ein bisschen Gesso, weißes Gesso zum Beispiel geben. Und dann kann man auf der Rückseite schreiben, obwohl da ja Schrift und Noten sind. Ich habe den Tag jetzt einfach hinten in mein Buch gesteckt. Wundert euch nicht, wollte den nur etwas flach trocknen, weil diese Seite sich sehr gewellt hat, als ich das aufgeklebt habe. Deswegen habe ich den einfach hinten in die Seiten gesteckt, sodass es da in Ruhe trocknen kann. Und später ist es dann einfach ganz glatt. Für den Tag auf der linken Seite habe ich mir auch wieder den Original-Tag als Vorlage genommen und habe den gleich breit, aber etwas kürzer geschnitten. Und auch diesen hier klebe ich jetzt nochmal einfach auf eine Buchseite auf. Ich hatte da ein bisschen Schmerzen, weil ich diese Frau auf der Rückseite da jetzt abgeklebt habe. Die sah nämlich auch eigentlich ganz schön aus. Aber ich wollte die nicht zu unterschiedlich groß haben. Also diese hier ist natürlich etwas kleiner als die andere, aber die auf der Rückseite von diesem Tag war noch kleiner. Also habe ich mir gedacht, okay, das schaut vielleicht ein bisschen seltsam aus. Also wenn ihr sowas nachmachen wollt, vielleicht ist das ein Tipp. Auf der linken Seite ist der Papageientaucher kleiner und das Gesicht von der Frau auch. Auf der rechten Seite ist der Papageientaucher größer und dementsprechend auch das Gesicht dieser Frau größer. So entsteht vielleicht so ein kleines bisschen der Eindruck, dass die rechte Seite mehr im Vordergrund ist und die linke Seite etwas weiter im Hintergrund. Ja, dann habe ich hier noch diesen Spruch gehabt. She smiled with the warmth of a penguin. Ich weiß, das ist ein Papageientaucher. Bitte schreib mich nicht an. Aber ich fand das so passend, dass ich das unbedingt dort aufnehmen musste. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!